Der leere Typ hat mich gekillt. Killt den leere Typen. Der ist hier hinten bei mir. Ja. Und Laguna ist auch gleich tot. Jep. Willkommen beim Stream. Holt euch ne schwere Muni. Holt euch ne schwere Muni. Scheiße geht ja gar nicht. Scheiße. Ja natürlich. Er ist down. Ich aber auch. Ich bin down, aber der Typ auch. Also versteckt euch. Die wurde nicht von diesem Scheiß Psyon, den du haben willst. Der Typ killt. Ganz ehrlich. Von mir aus wäre es mir egal, welchen wir zuerst töten und zuletzt. Mir. Danke. Na ja, Muni Sjohr. Bei mir auch gerade Wo ist der Typ? Schneller Verdammt Na gut, er kann sie wiederbeleben Weißt du was, nämlich Ach ne, Kacken hat er eigentlich dabei Ach man Du hast doch Tilga, oder? Hallo? Gibt's trotzdem Ja, Sternfäden, endlich Endlich Sternfäden Wenn diese Psy und Schinder mit Rasputin zu tun hatten Waren sie stärker als wir dachten Na toll, die Psy da beschichten Die Psy sind scheiße Sag mal, was für Psy hast du gekriegt? Na toll Bei mir ist es so, wenn ich eine schwere Verwundung habe und einen töte, dann habe ich eine Chance mich zu heilen Aber die Chance hat sie schon so häufig Also ist schon ein paar mal passiert bei mir Also ist nicht so schlecht die Perks Aber warten, was hatten die sonst noch? Jetzt habe ich endlich Sternfäden gekriegt Endlich Nach 20 Milliarden Jahren Ja, kurz mal zum Turm Die Sternfäden kommt gleich mal in den Tresor, ey Scheiße, ey Scheiße, ey Ist das geil Endlich Sternfäden gekriegt, ey Nach 20 Jahren Aber das war der vierte nämlich, den wir schon gemacht haben Präzisionsglas für besseren Zoom Auch nicht schlecht Hm, naja Also die Perks gefallen mir einigermaßen Aber sind nicht wirklich die Besten, muss man wieder dazu sagen, ne Aber gut, egal Meine kann Centurion mehr Schaden machen, glaub ich war es Hmhm, 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 hmhm Äh, hab ich auch Ja Ja Okay Dann ist die Waffe doch nicht so schlecht Gut zu wissen Hmhm, hmhm Wie heißt das? Wie heißt das? Warum, wie heißt das? Wenn ich mich nicht mehr Zeit Hat das? Die hier ist meistens Wie heißt das? Also eigentlich Da ist das ñig aufgestiegen oder so aufgeschlagen auch ne idee der hinkler von boix nicht platz bin da super wieder lichtpartikel ich hasse lichtpartikel langsam mann ich werde die blauen pistolen dann loswerden meine fresse da brauche ich brauche blaue snipers zum kotzen der legendäre snipers also jetzt bin ich mal gespannt ob die extra slot gekriegt hast du schon nachguckt laguna ne die hat kein extra slot gekriegt laguna die hat kein extra slot gekriegt das heißt es wird nur noch eine einzige dann das ist schön nicht schlecht da fehlt mir jetzt nur noch die gas und der erste fluch und die letzte ist wahrscheinlich diese diese fang diese exotische fang scout gewehr weißt du laguna was ich mein dieses exot du weißt welches ich meine das müsste das letzte dann sein wenn wir dann wissen wo das noch zu holen ist perfekt schon wieder leerer blick zum siebten achten mal jeder kriegt es nicht aber ich kriegste 10.000 mal hier die ist ja voll scheiße bisher die scheiße die gebe ich mal die gebe ich mal die gebe ich meinen jäger knarre kann er benutzen zum zerlegen ja warte kurz warte kurz immer noch eine sache schnell machen dann kann man sofort loslegen demo modus was für ein modus ach dass du nicht das kriegst was du haben willst und wir kriegen das was wir haben wollen oder was man das ist genauso wie mit dem schiff laguna das ist warte doch laguna warte das genauso wie mit dem schiff alter wo ist dieses scheiß sniper ach nee du kannst schon zurück zum orbit von mir nee doch nicht fällt mir gerade ein ach scheiße leerer blick wo bist du du dreckst ding ich brauche ein tresor raus alter schon wieder dieser bug alter lang und kriegt die krise mit diesem bug ey gatt verdammt ah da ist ja ist das die ja das ist das nee das ist die nicht wo ist die andere da ist sie perfekt das ist die was damit und dafür kommt die wieder rein jetzt kannst du zurück zum orbit so wie spät haben wir es ich glaube ich mache noch eine runde mit dann ist aber echt das ende dann haben wir es nicht schon wieder vier ach er was da kira meine frage wie alt bist du Und wieder ist der Staupalast verloren. Wieder an die Kabale. Angeblich haben sie Psyon schinderlos geschickt, um den AI-Zentralkortex hochzuschnüffeln. Sie wollen unbedingt haben, was dort vergraben liegt. Wenn Rasputin es beschützt hat, ist es wertvoll. Wir müssen diese Schinder loswerden. Ui! Na super. So genau wollte ich nicht wissen, Dark Hero. Aber ich frage immer nach, weil ich will nicht unbedingt hier 12-Jährige oder so in die FL aufnehmen. Ne? Deswegen... Deswegen... Ich bin nicht die Verwenden. Ich bin nicht die Verwenden. Aber ich bin nicht die Verwenden. Und ich bin nicht die Verwenden. Entschuldigung, dass ich den Chat jetzt leere, aber ich leere immer den Chat, wenn da irgendjemand so ein beschissenen Link reinkommt. Ja, ich lese da viele Informationen eigentlich. The Games. Ich wollte versuchen, den zu überfahren, Mensch. Ich wollte es einfach mal testen. Laguna, ich wollte einfach mal testen, ob man den auch überfahren kann wie jeden anderen. Ging eben leider nicht. Ja, ich habe es gesehen, da hat man mir nicht mal einen Schaden gekriegt. Aber wirklich minimal. Dark Hero spielst du auch Destiny? Laguna, der ist 39. Ja, bestimmt. Ich frage die Leute bestimmt. Alter, habt ihr hier einen Mack oder so? Alter, Schwede. Was raucht ihr die ganze Zeit? Ah, gerade auf dem Turm. Interessant. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Interessant. Interessant. 288 Licht. was für ausrüstung denn ein wird dran so wie es aussieht das land paulischer zwilling bildungstheorie sind blut noch kein red gespielt ich habe leere munition das heißt ich kann waffen wechseln endlich keine zeit für erklärungen ja